have fun, hier ist der Avoram zurück in Just Cause 4 in einer Sargento Mission Training-Kommunikationsfähigkeit. Die Kommunikationsstationen der schwarzen Hand in der Gegend überwachen die Bewegung der Armee des Chaos. Fliegt mit einem Rekruten in einem Heli los und zerstöre die, und leider fehlt hier schmierer Text, aber lasst euch überraschen. Viel Spaß! Oh, Scheiße, ist der schnell! Hätte nicht gedacht, dass ich so viel Zeit rausgekomme. Wir haben ein paar Scharfschützen ausgebildet. Das war Miras Idee. Sie wollte, dass wir auch auf große Reichweite effektiv arbeiten können. Aber bevor ich sie in den Einsatz schicke, möchte ich sie auf die Probe stellen. Und ich glaube, ich habe die perfekte Gelegenheit dafür gefunden. In der Gegend sind Kommunikationsrelais der schwarzen Hand aufgetaucht. Begleite diese Scharfschützen hier und schalte die Relais aus. Kommunikationsrelais? Gut, dass wir schwere Geschütze aufgefahren haben, was? Das Ding sieht so cool aus! Hey, Herr Rodriguez, haben Sie sowas schon mal benutzt? Kann es kaum erwarten, um erwarten, es selbst auszuprobieren? Das waren echt heftige Explosionen. Ich liebe diesen Shop. Ich würde sogar Überstunden machen. Darf ich? Ziel wurde zuletzt auf dem Gelächter gesichert. Bereithalten! Hey, Zentrale! Erst in einem Helikopter! Wir haben verstanden. Feind ist in einem Helikopter! Kein weiterer Kontakt! An alle Einheiten! Wachsam bleiben! Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt! Verstanden! Feuer und Anzeige immer weg! Feuer nach eigenem Erwiss! Feuer nach Вот! Feindkontakt! Feuer nach eigenem Erwiss! Alle Einheiten der schwarzen Hand! Weitere Informationen folgen! Achtung! Ziel sitzt in einem Helikopter! Bestätigt! Feind jetzt in einem Heli! Ich werde damit, um ihn zu fern und hier zu fern und mit einem Strom! Gehe! Oh, das war nett. An alle Einheiten, Position halten. Ja, wir haben es geschafft, oder? Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach dem Offen. Das war's? Hm, na gut. Das war ein Hade. Jetzt können wir uns wieder entschreiten. Zentral, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Bestätigt, einen Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. An dem Ziel sitzt in einem Elikopter. Wir haben Verstand. Keine Hände. Los, ja. Os, ja. Ich habe eine große Herausforderung. Ja, das ist echt schnell. Ja, das stimmt. Kein weiterer Kontakt an alle Einheiten. Wachsam bleiben. Okay, das letzte Relais ist Geschichte. Und ich habe schon neue Ideen, wo ich die beiden hier einsetzen kann. Kann den Gegner nicht sehen. Startesuche. Ja, das war es dann auch, Spieler, mit dieser Mission. Er fand neue Aboraben. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.